Delta to all, Radiocheck, over. Hier ist Bravo, kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Ausrüstung und Technik. Hier blicken wir mit euch unter die Motorhauben und hinter die Abdeckung von Waffen und Geräten der Bundeswehr. Den Auftakt machen wir heute mit Patriot. In den Medien und der öffentlichen Diskussion ist aktuell viel von Flugabwehrsystemen, wie dem in der Bundeswehr verwendeten Patriot, die Rede. Wir sprechen heute mit Oberstleutnant IG Manfred Stangel, einem der Experten für Flugabwehr in der Bundeswehr. Er erklärt uns, für was Patriot da ist, wie es funktioniert und wohin die Entwicklung in der Zukunft gehen könnte. Mein Name ist Björn Lenz aus der Redaktion der Bundeswehr. Willkommen im Funkkreis, Herr Oberstleutnant. Hallo. Hallo. Herr Oberstleutnant, erklären Sie mal kurz, welche Erfahrungen haben Sie mit Patriot? Ja, Patriot begann für mich die ganze Geschichte ganz am Anfang der Bundeswehr. Als Fahnenjunker bereits im Jahr 95 war ich als Startgeräteführer eingesetzt und auf meiner ersten Übung in Dänemark mit dem Waffensystem. Später als Offizier dann sowohl Feuerleitoffizier in Husum, später dann Kampfführungsoffizier und ein paar Art Zwischenverwendungen, bis mich dann vor dreieinhalb Jahren das Schicksal wieder eilt hat, dass ich als Referent hier im Kommando Luftwaffe wieder Verantwortung für Patriot übernommen habe. Man kann also sagen, dass Patriot sie mehr oder weniger ihr gesamtes Bundeswehrleben über begleitet hat. Ja, also ich war auch Chef einer Patriot-Kampfstaffel in Penzing. Standort gibt es leider nicht mehr. Quasi der letzte Chef meiner Einheit. Wenn Sie mal kurz erklären können, was ist denn Patriot überhaupt? Ja, also Patriot als Waffensystem kommt aus der US-Armee. Die hatten in den 60er Jahren ein Programm als Schutz für deren Kors. Quasi als eine Flugabwehr, die weiter hinten steht im Bereich des Kors und so weitreichend ist, dass sie das gesamte Gefechtsfeld überblickt nach vorne. Da gab es viele Konzeptionen und Mitte der 70er startete dann ernsthaft eine Entwicklung und mündete dann mit ersten Einheiten Anfang der 80er in der US-Armee. Deutschland stand in den 80ern dann auch vor der Frage Ablösung des weitreichenden Waffensystems Nike Herkules, was stationär im damaligen Flugabwehrgürtel entlang der deutsch-deutschen Grenze auch eingesetzt war. und hat sich dann auch für Patriot entschieden als das Waffensystem der großen Reichweite. Hatten dann seinerzeit 36 Staffeln aufgestellt. Da gab es auch ein Abkommen mit den Amerikanern. Also es gab US-Waffensysteme, die den Deutschen zur Leihe gegeben wurden aufgrund eines Abkommens. Wir waren da sehr eng verzahnt immer mit der US-Armee. Also Sie haben jetzt schon mehrfach den Begriff Patriot-Staffel benutzt. Erklären Sie mir, woraus besteht eine Patriot-Staffel überhaupt? Das Wichtigste ist, was ich als junger Offizier lernen musste, das magische Dreieck einer Staffel. Das ist der Bereich Feuerleitung und Abschuss, der Bereich Wartung und die Fernmelderei. Die war, wie immer, als Offiziere gehalten, alles schön im Balance zu halten, damit das Waffensystem auch funktioniert und möglichst effektiv ist. Das heißt, wir haben den Kern, das eigentliche Waffensystem mit seinem Feuerleitbereich. Das ist also eine Kabine, aus der, sagen wir mal, gesteuert wird, wie und wo geschossen wird. Da gehören dann auch das Radar dazu, die Stromanzeuge für das Radar. Da gehört dazu die Startgeräte. Und dann gibt es im großen Bereich Wartung, weil natürlich ein komplexes Gerät jeden Tag auch ein bisschen behandelt werden will. Da müssen Dinge nachgeguckt werden, da muss was nachgefüllt werden. Dafür hat man eine Wartung und die sorgt halt auch dafür, dass man 24-7 an nach einsatzbereit ist. Und zuletzt ist ganz wichtig, auch immer die Fernmelderei mit zu beachten. Man hat hier in jeder Staffel einen Richtfunktrupp. Der ermöglicht einem, dass man die Anbindung zum einen an seine vorgesetzte Dienststelle hat, seine Flugabwehr-Raketengruppe mit der im Gefecht stand. Und dann, sagen wir mal, weiter die große, weite Welt der integrierten NATO-Luftverteidigung. Das heißt, bis auf meinen kleinen Staffelgefechtsstand hinunter, bin ich Teil der großen NATO-Luftverteidigung. Und von wie vielen Soldatinnen und Soldaten sprechen wir da? In der Historie aktuell sind wir noch um die 90. Unter quasi V-Stärke sind wir dann deutlich über 120. Gegen welche Bedrohungen kann ich Patriot einsetzen? Also Patriot hat auch hier, sagen wir mal, sein Portfolio über die Zeit erweitert. Das war ursprünglich mal gedacht eben aus der Konzeption in den 70ern. Da hatte man vor allem Flugzeuge, Helikopter im Sinn. Dann kommen irgendwann Cruise Missiles und andere Lenkflugkörper dazu. Und spätestens nach dem Golfkrieg 1991 hatte man dann gesagt, okay, wir müssen ballistische Raketen auch besser abwehren können. Und hat das System erweitert, dass es sowohl auf der Radartechnik besser dagegen wirken kann, als auch spezielle Lenkflugkörper dann eingeführt. Sodass man heute sagen kann, das heutige Patriot kann wirklich von dem kleinen Lenkflugkörper, der Cruise Missile über den Hubschrauber, über Jagdbomber bis hin zu ballistischen Raketen letztendlich alles bekämpfen, was es aussieht. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit in der Presse und auch bei unserem Bürgerdialog viele Anfragen zum Thema Hyperschallwaffen. Das ist immer wieder die Rede davon, dass die doch so schwer abzufangen sein. Kann Patriot auch Hyperschallwaffen abwehren? Wir konnten es natürlich technisch noch nirgends beweisen, weil die Dinge, die wir jetzt sehen und vorgeführt werden, so Brückentechnologie sind. Also die russische Kinschall ist so irgendwo so eine Mischung aus einer alten ballistischen Rakete und bricht so in dieses Hyperschallspektrum ein. Aber wir wissen, dass in vielen Nationen dort geforscht wird. Und alles, was wir bisher wissen, sind so grobe technische Daten. Da muss ich sagen, für Patriot, wenn wir ganz ideal stehen und alles super läuft, müsste es rein technisch eine Möglichkeit geben. Aber die zu beziffern, welche Wahrscheinlichkeiten, wie groß die Abdeckung wäre und wie real die Chance, ich glaube, da ist diese Hyperschallentwicklung einfach noch zu früh da, ist, dass man schon verlässliche Aussagen hätte. Sie haben es gerade angesprochen schon, Thema Abdeckung. Wie groß ist denn das Gebiet, das sich mit Patriot schützen kann mit einer Staffel etwa? Ziel Flugzeug ist recht einfach. Da werden sie sehr viele Reichweiten erzielen können. Wir haben ja hierzu auch Daten auf der Webseite Bundeswehr auch. Also wir können hier schon etliche Quadratkilometer gut abdecken. Das nennen wir Raumschutz. Das heißt, wir überwachen ein gewisses Luftgebiet und prüfen dort, ob Feind eindringt und würden dann gegen diesen kämpfen. Da können wir sehr große Reichweiten erzielen. Wenn es jetzt darum geht, einen ballistischen Flugkörper, der über 700 Kilometer quasi aus dem Weltraum kommend wieder auf den Boden zurast, da wird es dann deutlich kleiner. Da sind wir dann bei Abdeckung, ich sage es mal, eher so in dem Bereich wie so eine mittelgroße deutsche Stadt. Mehr ist dann meistens nicht möglich. Aber das hängt sehr von dem Typ der Bedrohung ab. Also ich sage, ein Flugzeug ist relativ einfach. Eine ballistische Rakete verkleinert das schützbare Gebiet dann wieder deutlich. Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Wie läuft eine prototypische Bekämpfung ab? Das Radar erfasst einen Gegner und dann? Ich gehe da gerne einen Schritt noch weiter und sage, das hängt von der Planung ab. Das Wichtigste bei uns ist, dass man gut geplant hat und richtig steht. Stehen Sie im Tal, gucken Sie in den Berg, sehen Sie nichts. Stehen Sie auf dem Hügel, sehen Sie recht weit und können gut wirken. Das heißt, 80% unserer Leistungsfähigkeit ist erstmal schon gute Planung und wo wir uns hinstellen. Wenn es dann nach der Planung kommt, dann hat das Radar, das ist sehr, sehr konfigurierbar. Das sucht gezielt am Horizont, das sucht gezielt in gewissen Höhen, das sucht nach gewissen Profilen. Das ist sehr intelligent gesteuert mittlerweile und erfasst unser Ziel. Wenn es das hat, schaltet es automatisch, ohne irgendwas zu ändern, auch gleich in Verfolgungsmodus und mit einer hohen Wiederholrate sehen wir dann immer die Position des Zieles und jede Änderung des Kurses vom Ziel. Dann ist es so ein bisschen auch der Faktor Mensch, der jetzt reinkommt. Jetzt geht es darum, das Ziel zu identifizieren. Wir haben natürlich da elektronische Maßnahmen der Freund-Feinkennung, aber wir haben auch zusätzlich einfach Informationen aus dem Verbund, den wir kriegen über unsere NATO-Verbündeten, über das ganze integrierte NATO-Luftverteidigungsnetzwerk, die uns Informationen geben, wo ist Freund, wo ist Feind. Und dann haben wir auch noch andere Möglichkeiten wie Luftstraßen, um eben Ziele irgendwo zuzuordnen. Wer ist das? Und wenn wir dann irgendwo im Kriegsfall soweit sind, dass es heißt, okay, hier ist ein klar erkannter Feind, hier liegt ein Abschussbefehl vor, würde dann der Offizier den Befehl geben im Feuerleitstand zur Umsetzung. Da wird dann ein Knopf gedrückt und ab dann übernimmt letztendlich der Waffenrechner und führt den Lenkflugkörper ins Ziel. Das heißt, der Rechner startet dann ein oder mehrere Lenkflugkörper und die suchen das Ziel selbstständig oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Lenkflugkörper, die wir haben, sind, ich sag mal, für sich relativ intelligent. Die werden vom Rechner über Steuersignale bis zum Ziel geführt und helfen dann am Endanflug, haben die noch eigene Sensoren, um dann besser das Ziel zu treffen. Aber da sitzt jetzt keiner bei uns im Feuerleitstand, der, sagen wir mal, mit dem Joystick irgendwie versuchen muss, das Ziel immer wieder weiterzuführen. Also das machen schon seit den 70ern die Rechner. Also es ist sozusagen eine Symbiose aus Mensch und Computer, wenn man das so sagen kann. Ja, also der Mensch mit der Entscheidung und der wichtigen Entscheidung, was ist Freund, was ist Feind, unterstützt natürlich durch die Technik. Aber das Eigentliche, wie steuert sich das Radar, wie steuert sich der Lenkflugkörper, das sind so komplexe Dinge, da ist der Mensch raus. Das sind integrierte Schaltkreise, die das schon seit Jahren deutlich besser können. Was sind denn die Einschränkungen des Systems? Ich bin eingestiegen bei der Software-Version 4 dieses Waffensystems. Mittlerweile sind wir bei der Software- und Hardware-Version 8. Das heißt, Patriot ist kontinuierlich verbessert worden. Wir haben ja auch gesagt, ballistische Raketen, die waren am Anfang nicht im Spektrum. Jetzt sind sie da voll mit drin. Wir sind da deutlich leistungsfähiger geworden. Aber es ist halt immer ein System großer Reichweite. Das heißt, wir haben eben nicht das, das war sehr nah am Boden. Kurze Reichweite, mittlere Reichweite. Da hatten wir früher in der Bundeswehr auch andere Waffensysteme vor. Und dann am Hork und Roland. Und viele Nationen ergänzen ihre Patriot-Systeme genau um solches. Also eben modernere Versionen in mittlerer und kurzer Reichweite. Damit man halt irgendwas auch in den Täler stellen kann. Damit Patriot seine große Reichweite ausspielt. Aber gleichzeitig auch geschützt ist vor allem dem, was kurz vor einem hochkommt. Also das sind, denke ich mal, die Einschränkungen. Und natürlich, was wir sehen, wir gucken halt nur in eine Richtung. Mit Patriot ist in einem Sektor operierend, jedes Radargerät für sich. Das heißt, erst wenn ich eine ganze Gruppe einsetze, kann ich einen Bereich auch rundherum abdecken. Das kann man heutzutage auch anders lösen. Da gibt es auch dann Ansätze, dass solche Radargeräte automatisch dann schon rund um 360 Grad können. Sie haben es schon gesagt, Patriot ist über die Jahre immer wieder entwickelt und weiterentwickelt worden. Wohin geht das dann in Zukunft? Es wird mit Sicherheit ja irgendwann eine Grenze geben, wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir ein neues System. Reden wir da von Laser oder ist Raketen- und Lenkflugkörper immer noch das Mittel der Wahl? Ich denke, bei Radar und Lenkflugkörper ist auch absehbar erstmal noch das Mittel der Wahl. Schnelle, intelligente Signalverarbeitung, da passiert am meisten. Gerade der Radartechnik hat sich in den letzten 20 Jahren unheimlich Sprünge gemacht. Da sehen wir recht viel, was sich da getan hat, was uns Reichweite bringt, Präzision bringt. Hier gibt es auch bei der US-Armee ein Programm, den Sensor vom Patriot quasi durch einen 360-Grad-Sensor zu ersetzen. Das nennt sich sogenannte L-Times-Programm. Also da gibt es Bestrebungen. Die Lenkflugkörper, die wir haben, sind eigentlich, wenn man die neuesten anguckt, sehr, sehr gut. Was hier halt Überlegungen sind, ob man eben noch unterfüttert mit mittlerer und kurzer Reichweite. Auch hier gibt es Programme, die andere Nationen bereits fahren. In Deutschland stehen da Entscheidungen einfach nur aus. Und man muss auch das Problem der kleinen, unbemannten Systeme angucken. Für die wurde jetzt ein Patriot nicht gemacht. Da gilt es halt daran, auch Systeme gegen so Drohnen zu finden, um eben das eigene System auch besser schützen zu können. Deutschland arbeitet im Bereich Flugabwehr und gerade auch Patriot ja mit anderen Nationen zusammen, vor allem mit den Niederlanden. Wie wichtig ist denn die internationale Zusammenarbeit? Wir profitieren davon aus dem Kontakt, dass wir auch die anderen Perspektiven kennenlernen. Wir verhindern so, dass wir irgendwo in eine Nische reinraten und aus nationaler Sicht Dinge immer so tun. Und der Kontakt sowohl mit den Amerikanern als auch mit den Niederländern bietet uns immer diese Perspektive von der Seite. Mal drauf zu gucken, machen wir wirklich das Richtige, um voneinander zu lernen. Also das ist, glaube ich, diese gemeinsame Ausbildung und Weiterentwicklung, auch wie nutze ich mein System, das ist unheimlich hilfreich. Hinter den Kulissen ist es auch hilfreich, weil Patriot ein Programm mit zig Nationen ist, die gemeinsam Weiterentwicklung auch finanzieren. Also das heißt, wir müssen es nicht alleine stimmen, die Amerikaner müssen es nicht alleine stimmen. Hier poolen die Nationen ihre Gelder, um eben jedes Jahr ein bisschen besser das System zu machen. Das hört sich alles sehr interessant und ziemlich komplex an. Würden Sie sagen, das ist Ihr Traumarbeitsfeld? Ich meine, persönlich, ich wollte mal Pilot werden, als ich dazu kam. Das ist ja das Gegenteil jetzt sozusagen. Das ist quasi das Gegenteil. Ich bin aber sehr froh, wo ich dann am Ende dann auch gelandet bin. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Wir sind immer so in der Mischung zwischen Heer- und Luftwaffe. Wir sind irgendwo immer an der Grenze unterwegs. Wir wirken quasi in die Luft, bewegen uns aber am Boden. Wir müssen quasi beide Welten kennen. Das ist unheimlich spannend. Wir sind international super vernetzt. Dieses integrierte NATO-Luftverteidigung heißt letztendlich auch, dass man wirklich sehr, sehr viel Kontakt hat und sehr, sehr viel unterwegs ist auch in diesem Kreis. Das ist unheimlich spannend. Technisch ist es etwas, was rasant sich immer entwickelt, wo man natürlich auf Ballhöhe bleiben muss. Und klar ist die Hoffnung jetzt auch unter dem Stichwort Zeitenwende, dass das auch mit Ressourcen wieder unterfüttert wird und man vielleicht auch Dinge, die man bisher nur gehofft oder geplant hatte, dann auch umsetzen kann. Was könnte für einen jungen Interessenten was sein, wo sie sagen, wenn du so tickst, dann solltest du überlegen, zur Flugabwehr zu gehen? Wir bieten quasi so Technik, Kameradschaft, so die Mischung aus der Heeressoldat, der das klassische Bild hat. Ich bin gern draußen, ich bin gern unterwegs, ich bin gern mit meinen Kameraden im Team und gleichzeitig dieses anspruchsvolle, hochtechnische, dass man sagt, ich schieße über dutzende Kilometer hinweg, muss mich mit der NATO vernetzen, muss Englisch sprechen, der ist bei uns gut aufgehoben. Okay, wunderbar, dann bedanke ich mich. Bitteschön. Schönen Tag. Das war Oberstleutern Manfred Stangel aus dem Kommando Luftwaffe. Mein Name ist Björn Lenz, ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Das war Oberstleutern Manfred Stangel aus dem Kommando Luftwaffe.